Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich Willkommen zurück bei Hausflipper selbstverständlich. Wir sehen wie die letzte Folge auch natürlich noch im HGTV. DLC-Zugänge haben dort heuensjenier gemacht. Jetzt gucken wir uns mal das an. Auftrag nur eine Hälfte. Mais-Klient möchte in der Hälfte dieses Reihenhauses leben. Es erfordert nur ein leichtes Finish, okay? Aber der Vermünze-Bichus-Budget von 7506. Entscheidung 2, Räume 10. Gucken wir uns das mal an. Ding. Und es ist rosarer. Ihhh. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Ja gut. Jem das Seine, ne? Mia arbeitet in der Renovierungs- und Vermietungsbranche. Und sie erwartet ein Kind. Darum kann sie nicht so viel wie üblich arbeiten. Jemand muss ihr mit einem Haus für ihre Kunden helfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte, das viel Arbeit benötigt. Mia hat darum gebeten, bei einer Hälfte Hilfe zu bekommen. Zum Glück braucht das Haus keine grundlegende Renovierung, da es vor kurzem schon renoviert wurde. Es befindet sich in einem guten Zustand und braucht nur noch ein paar Feinheiten. Der Kunde hat zwei Hunde, die feste Familienmitglieder sind. Wenn das Budget reicht, sollten wir ein paar Accessoires für die Hunde besorgen. Wir sehen uns dort. Greta und Oliver. Alles klar. Jetzt sind wir im Rosehausen. Gut, 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 gut. Sollen wir hier draußen was machen? Ne, ne? Dann gehen wir mal rein. Renovieren ist gut. Hier fehlen die kompletten Möbel. Okay. Fangen wir gleich mal hier an. Lass uns die Wände behalten und den Essbereich vom Wohnzimmer trennen. Das ist eine gute Lösung für traditionell gerichtete Kunden, die finden, dass ein Fernseher beim Essen stört. What? Da bin ich aber nicht deiner Meinung. Ich brauche beim Essen Fernseher. Wir nehmen das. Wir nehmen Abreißen. Selbstverständlich nehmen wir Abreißen. Was ist denn das hier? Das ist auch schon wieder eine Entscheidung. Ich jetzt... Wir machen erstmal hier die Wände weg, Knüppel. Auf jeden Fall. Die hier soll wie echt aussehen, wer? Hau rein mit am Hammer. Immer schön feste drauf. Wie wir es gewohnt sind. So, oben nochmal rein. Irgendwie ist die Wand hartnäckiger, als man es vermöglichen hätte. Jetzt. Gut, aber das hier soll definitiv auch mit weg. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das hätten wir weg. Da liegt ein bisschen Müll. So, wir müssen doch gleich noch die Entscheidung treffen. Das machen wir auch. Aber erstmal Müll weg. Die Idee ist einzigartig. Lass uns traditionelle Hängelampen und helle Möbel mit grauem Granit benutzen. Auf diese Weise harmonisiert der Raum mit erstrahlendem Licht. Aha, aha, aha. Sie und ihr Licht. Und er? Ich denke nicht, dass unser Kunde mit einer Küche zufrieden ist, die wie eine Dunkelkammer aussieht. Lass uns hellere Farben an den Wänden benutzen. Pendelleuchten würden so einen kleinen Raum noch kleiner wirken lassen. Wir brauchen oberflächlich angebrachte Lampen. Da gebe ich dir recht, mein Freund. Diesmal bist du dran. Sehr schön. Jetzt will er noch mehr Wände zerstören. Echt jetzt? Was ist das denn hier? Oh, das soll so bleiben. Okay. Das soll so bleiben, alles klar. Hier müssen wir noch Wände zerstören, wie ich es richtig sehe. Wie sollen wir einen nach hinten setzen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll nur das Stück da oben weg, ne? Hast du auch schlechtes Erkenntnis hier? So, und das Ding so hier weg, ne? Jo, 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 jo. Das ist hier aber sehr, sehr... Okay, warte mal. Versuchen wir, bin ich nach Minimap? Also laut Minimap. So hier eine Wand hin. Und dann nach hier, oder wie? Da auch, ne? Ja. Da versuche ich mich jetzt ein bisschen an der Karte zu orientieren. Da sieht man mal so ein kleines, bläues Punktchen. Der muss genau auf dem Grün sein. Da sollen ja Wände hin. Eww. Oh, das scheint so, das sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus. Ja. Aber soll es zu wollen? Siehst du? Okay. Wir gucken erstmal nach den Skillpunkten. Haben wir mittlerweile schon wieder ein paar Stück, ne? streichen, so. Streichen vier Wände gleichzeitig. Guck mal. Sehr schön. Und hier. Die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Die Reichweite beim Morgen ist um ein erhöht. Baukurs wird halbiert. Kannst drei Wände gleichzeitig bauen. Okay. Wir nehmen erstmal das. Die Reichweite ist um ein erhöht. Und da selbstverständlich haben wir nur noch den einen. Anforderung der Aufträge minus zehn Prozent. Okay. Auf jeden Fall sollen wir hier jetzt streichen mit dem Farben Junge Blütenknospe. Und aber auch Wandfliesen. Alter, die Bude ist so verbaut hier. So, die Fliesen sollen garantiert im Küchenbereich. Das ist nur die Frage. Äh, Wordema. Wordema. Das soll ja alles erschienen hier. Einmal die Farben Junge Blütenknospe. Wandfliesen, Tapete, Bambus. Das soll nur elf. Und dann 50 Streiche mit dem Farben leichtes Biskuit. Und dennoch mal Wandfliesen. Dunkle graues Hexagon. Nur acht. Wie genau? Stellen Sie sich das hier vor? Die eins nach dem anderen Wandfliesen, Bambus. Sollen wir nur elf. Also soll nur eine Wand damit. Ah, sollen das das hier mit da gemeint ist? Eins nach dem anderen. Einmal kurz auf Aufdrack. Wir gucken ja erstmal, dass die Bodenfliesen. Da ist die Tapete Bambus. Ich weiß nicht, wie viel dort drin ist. Ich glaube aber auch 15, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Nehmen wir uns mal den ein. Ähm, wo war denn mal? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn, elf. Gut, aber das wird ein bisschen doof aussehen, ne? Und hier? Ein, zwei, drei, vier. Wir brauchen ja nur elf Stück. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wo wollen Sie denn diese Bambuswand haben? Kann man das mal einer verraten? Hier soll ja bestimmt die Küche hin. Das hier sieht auch sehr, sehr merkwürdig aus. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das passt hier nicht. Das ist eindeutig zu groß. Oder wenn man das einfach hier so innen drin macht. Können wir was gucken. Wir möchten drei freilassen an der Seite. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, ich müsste vier freilassen an der Seite. Ah, ich glaube, wir machen das so. So, ein, zwei, drei, vier. Lassen wir mich frei. Dann machen wir hier den fünften. Ja, zehn tut er zumindest. Das soll ja auch gut aussehen. So, und hier wird der Nummer elf hinkommen. Sehr schön. Dann hätten wir hier nämlich auch ein, zwei, drei, vier. Gut, hier haben wir fünf, da haben wir vier. Ganz symmetrisch geht das hier nicht. Aber mehr wollen Sie davon, nicht? Gut, dies ist ein bisschen umständlich hier. Aber da ist krimisch nicht. Haben wir hier so eine schöne Bambuswand. Blütenknospel, 80 Stück. Und Farbenleichtes Biskuit, 50. Und die Fliesen nur acht. Hm, ich würde gerne erst die Fliesen machen. Fliesen ist wahrscheinlich eher das hier. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, warum das so sein sollte. Das, nee, das zählt nicht dazu. Das sind wahrscheinlich hier alles extra Räume, ne? Ja, ja. Gut, wo machen wir die Fliesen hin? Das soll wahrscheinlich auch noch eine sehr kleine Küche rein, vermute ich mal. Wären das hier acht? Obwohl ich echt die Küche wahrscheinlich hier hin haben soll, ne? Aber ich glaube, das hier werden auch mehr als acht. Okay, ähm, wir kaufen auf jeden Fall erst mal die Fliesen. Dunkelgraues Hexagon Mosaic. Davon sollen wir definitiv nämlich echt nur acht Stück legen. Da reicht auch ein Paket. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ach, guck mal, das wird nur eine kleine, sehr kleine Wand. Eine sehr kleine Fläche. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das wäre hier genau acht. Ich glaube, die sollen hier... Wenn sie so wollen, dann... Das sieht sehr merkwürdig aus, aber gut. Wir machen doch, was der Auftrag sagt, dann ist gut. Der braucht das. So, aber oben müsste dann auch mit, sonst sieht das halt nicht aus. Aber die reichen so nicht, ne? Oder sollen die echt nur unten? Ich glaube, die sollen echt nur unten, warte mal. Weil wir haben ja die acht. Wir müssen ja noch die Farben streichen. So, aber jetzt haben wir das Problem. Achtzig mit Blüten und Blütenknospe und fünfzig mit Biskuit. Da würde ich fast sagen, das hier vorne mit Biskuit, weil das ist kleiner. Und das hier wird dann halt die Blütenknospe, ne? So, Biskuit, wir nehmen trotzdem großen Euma. Na, was machen wir denn hier vorne? Den gucken wir mal. Wir können jetzt mehrere Wände auf einmal, ne? Ejo. War sehr okay. Ist aber mal eine Art Herausforderung, ne? So, das oben muss natürlich auch... Fenster würde ich gerne weiß lassen, wenn es geht. Erst mal abwarten. Wichtig ist ja, dass wir auf die fünfzig kommen. Mal sehen, mal sehen. Das geht jetzt echt schnell, das Streichen. Ja, okay. Ja, ich glaube, da kommen wir. Wir sind ja schon bei 32. Hier oben muss natürlich nochmal. Wunderbar, jetzt sind wir schon bei 42. Die Wand muss hier auch noch. Joa, das wird schon. Guck mal, das war's schon. Aber ich streich den Raum hier trotzdem fertig. Ich hoffe, dass das da vorne denn reicht mit den 80. Das sieht ja sonst nicht aus, wenn hier noch teilweise andere Farben sind. Das ist eben okay. So, dann haben wir hier nämlich doch das Biskuit. Sehr schön. Und hier in den Raum machen wir dann die Blütenknospe. Was wäre ja die da? Vor allen Dingen ist komplett renoviert. Ist nicht viel zu tun, sagt er. Mhm, mhm. Okay, aber das kriegen wir schon mitten an. Alles klar. So, diese komische Ecke hier müsste ja dann auch mitgestrichen werden. So, ja, so die Ecke. Jetzt bloß nicht auf den Bambus rausstreichen. Würde zumindest zum Bambus ein bisschen passen, ne? So, hier müsste denn wieder... Ja, ja, da die Fabi ist aber noch nicht so ergiebig, wie man sie gerne hätte, ne? Aber geht schon. So, das hier soll ja so bleiben. Naja, das sieht ja ja ein bisschen sehr merkwürdig aus, aber... Die wollen es ja so. Wahrscheinlich soll hier irgendwas reingestellt werden oder so. Aber wir sind bei 45 von 80. Ja, abwarten. Den Bereich hätten wir. Das hier muss ja auch alles noch. Den jetzt holen wir hier lang. Den hier nochmal. Ah, ich glaube, das wird hauen, hinhauen. Sehr schön. Die Ecke nochmal. Ich glaube, hier müssen wir die Fensterleibung mitmachen. Ansonsten sieht es hier ein bisschen doof aus. Das strechen wir hier jetzt auch mit über. Ah, das reicht. Wir sind doch schon bei 71 von 80. So, die Fensterleibung wie gesagt machen wir hier mit. Wegen der Wand. Ich mag das gar nicht, wenn Fenster so direkt an eine Wand gequetscht sind, aber... Das sollte ja fließen bleiben. Den hier nochmal lang. Hier lassen wir die Fensterleibung jetzt aber wieder wo ist. Jo, hat geräuscht. Den gläuchte ich gut, den baut den Fliesen. Ja, ich weiß nicht. Wohl fühlen würde ich mich aber auch nicht, ne? So. Der Raum hier ist auch extra, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich werde die hier mit grün machen. Sehr schön. Ja, ja. Der passt jetzt hier nämlich besser. Gut. Gut, gut. Die wollten so, die wollten so. Wie gesagt, gefallen tut es mir persönlich nicht. Aber jedem das ist eine. So. Bodenfliesen, Fußboden, Laminat. Was sehen wir? Das sind die Laminat-Kiefer. Das soll hier wahrscheinlich komplett rein, ne? Was heißt? Zack. Ja. Hier denn nochmal? Hier vermutlich nicht, ne? Ne, ne. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber wir machen das Stück doch mal mit. So. Hier denn definitiv noch hin. Sehr verwinkelt, der gute Raum. Sehr verwinkelt. Sehr schön. Das nochmal. Den hier nochmal lang. Aber das reicht doch wohl hoffentlich, oder? Ja, doch, Mist. Ja. Sehr schön. Zumindest sieht es etwas moderner aus. Gut, jetzt sollen wir auf jeden Fall noch schmalen Vorhang. Zweimal. Wahrscheinlich die großen Finster, oder? Ich glaube, das ist bei den großen gemeint. Könnten aber auch die kleinen gemeint sein. Warte mal. Ja, weil das sind Breite, die kleinen sind gemeint. Die kleinen, okay. Weil sonst passen die Breiten ja nicht mehr. Den bon momentan, das Ding. Komplett fertig renoviert, sucht er. Komplett fertig renoviert, sagt er. Alles klar. Den hier auch nochmal ran. Ja. Sehr schön. Und dann haben wir nämlich jetzt noch die breiten Vorhänge. Und die sollen natürlich hier hin. Hier passt der nicht. Aber hier, ne? Aber ich glaube, davon sollen wir auch nur einen, ne? Eher. Den soll der hier hin. Breite Vorhänge sollen wir echt nur einen. Okay. Das Fenster soll wohl so bleiben. Okay, okay. Auf über Couch, Elle. Sessel. Runder Tisch, Otto. Jakob Stuhl. Couchtisch. Aber woher ne mal? Das ist ja alles schon der Essbereich. Ich wollte eigentlich gerne erstmal, wen es geht. Die Küche. So, das ist eine Kücheninsel. Hm. Heller Eckschrank rechts. Damit fangen wir mal an. Ich weiß nicht, ob die Küche hier reinpasst. Wahrscheinlich nicht wie eine Gardine, ne? Hm. Hier sieht der ein bisschen blöd aus, ne? Wenn man so dreht, sieht's auch doof aus. Hier müsstest du eigentlich hier hin. Passt aber halt nicht wie eine Gardine, ne? Oder? Aber wie es aussieht, geht's trotzdem. Gardine hängt zwar auf dem Küchenschrank. Aber geht. Jut, jut. Ich weiß nicht genau, wie die Küche zusammengehört. Aber das werden wir sehen. Nehmen wir erstmal die Spüle. Die könnte man ja dann perfekt hier ransetzen rein theoretisch. Aber die Spüle so direkt in die Ecke gequetscht hätte ich ja nicht gerne hier. Warte mal. Denn haben wir auf jeden Fall. Äh, das ist eine Schranktür. Heller Doppelschranktür. Haben wir auch schmale helle Doppeltüren? Heller niedriger Hängeschrank. Ne, wir haben keine schmalen Schräge. Das ist ein Zeranfeld. Gehört zur Kücheninsel, ne? Der geht so gar nicht ran, ne? Der gehört zur Kücheninsel. Okay, den stellen wir auch mal da hin. Den brauchen wir doch, den. Jut, jut, jut. Den müssen wir mich, genau. Dann müssen wir hier die Spüle vor, wenn ich mich nicht täusche. Also haut es mich einigermaßen hin. Ejo. Und daneben müsste der noch mal einen Schrank, ne? Ich hoffe, das haut er hin wegen dem Vorhang. Das wollen ja die da. Okay, geht ja nicht anders. Und daneben eigentlich auch noch mal einen Schrank, ne? Oder einen Kühlschrank oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob wir einen Kühlschrank haben. Das ist ein Tebe, das ist ein Dunsthaube. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen Schrank. Das gehört zur Kücheninsel. Aber so viel haben wir hier ja nicht, ne? Kann natürlich auch sorgen, dass das hier gedacht ist, ne? Und mehr Schränke haben wir da ja gar nicht. Das ist Kücheninsel. Das ist ein Tebe, ein Longer Tebe, ein Kräuterset, ein Abzugszaube. Das sind Hängeschränke, ja. Da ist der Kühlschrank. Kee, Bild, einzelne Schranktür. Die soll wahrscheinlich da vorne rein, da bin ich mir ziemlich sicher. Halogenlampen. Doppelofen. Okay. Dann sieht man die Ecke da zu leer aus. Kann natürlich auch sein, dass der da in die Ecke soll, ne? Das ist gar nicht so einfach hier, du. Das ist immer noch für die Kücheninsel. Und der Kühlschrank. Ja, der passt hier so natürlich nicht hin, ne? Hier aber auch nicht, ne? Würde ich mal in den Kühlschrank, könnte man hier rein, theoretisch in die Ecke stellen. Wahrscheinlich auch so gedacht. Sieht alles mir schmeckwürdig aus, wegen dem Vorhang. Aber gut, die wollen es ja so. Aber das da gefällt mir so auch noch nicht. Hm. Ich will ganz ehrlich sagen. Und das ist alles Kücheninsel. Das ist Tebig, langer Tebig, Abzugshaubiger. Wir brauchen ja noch das Terranfeld und die Hängeschränke und das. Aber ansonsten haben wir auch nichts mehr für die Küche. Man, das Terranfeld, klar, können wir hier raufbauen. Aber sieht das denn noch schön aus? Wie würde das denn aussehen, wenn ich den Schrank wahrscheinlich auch zu schmalen, hier in die Ecke setze, ne? Ah ja. Aber auf jeden Fall besser ist wohl wirklich nur eine sehr kleine Küche. Als wenn es hier steht. Hm. Kücheninsel. Auf jeden Fall müsste ja die Abzugshaube, da müssen natürlich gleich die Schränke noch hin. Hier rüber. Ungefähr. Die machen wir, glaube ich, richtig, wenn wir die Schränke dran hängen haben. Aber ich glaube, allzu viele Hängeschränke haben wir auch gar nicht, ne? Hier sind zwei niedrige. Ach, da unten ist Kücheninsel. Das ist nur eine Schränke. Wir haben nur zwei niedrige, ne? Ja. Da haben wir gar nicht allzu viel. Scheinlich sollen die hier hin. Oder hier so rüber. Okay, woher denn man? Die müssen hier ungefähr auf die Höhe. Die hängen wir gleich ordentlich hin. Die müssen auch ein bisschen runter hier. Dass der Schrank quasi oben rüber hängt. Hängt ein bisschen schief. Wir müssen ein bisschen nach da. So. Dass quasi der Schrank hier so oben raufkommt. Das ist geil. Dass die Dunsthalbe komplett drin ist. Das geht echt. Ja, nice. Den hier über den Ofen ist wahrscheinlich doof. Den hängen wir denn wohl eher hier so hin. Sehr kleine Küche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andere Küchentoile haben wir hier nicht. Und das ist die gute Kücheninsel. Davon haben wir ja schon einen dastehen. Der soll vermutlich... Wahrscheinlich ist es auch so gedacht, dass hier die Ecke hin soll, die Kücheninsel so davor. So ist das verseinlich gedacht. Okay. Na, so passt das auch nicht. So passt das auch nicht. Das kommt auch hiermit nicht hin. Ne, 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 ne. Das ist ja doof. Aber das, wenn man hier so reinkommt, dachte ich, dass man da so noch vorbeilaufen kann. Weil die soll eigentlich hier hin. Okay. Drei brauchen wir eh. Ne, ne, ne. Mein Fehler. Moment. Jetzt weiß ich nämlich, wie es gedacht ist. Das sieht man heute immer so schlecht. Der soll mich hier in die Ecke. Ja. Dann muss natürlich der Ofen hier erstmal einmal weg. Und hier soll wahrscheinlich die Kücheninsel ran. Gut, hier hinten passt das hier vorne nicht. Denn wo denn mal? Das soll wahrscheinlich so, dass es hier so weitergeht. Hier kommen natürlich noch andere Schränke hin. Guck mal, dann haben wir hier nämlich perfekt. Ah, nicht ganz perfekt, aber die Kücheninsel. Dann sollen die dafür scheuen, die ich nehmen. Ordentlich natürlich. Nee, Mensch. So. Dass wir hier quasi so einen Gang haben zum Vorbeigehen. Vermut' ich mal. Dass es hier so eine Art Tür ist, so eine Art Durchgang. So ist es vermut' ich gedacht. So, dann soll ich wahrscheinlich der hier nochmal nehmen. Ja. Das Terron, das Terron fehlt natürlich. Das packen wir mal hier hin. So, die Dunzaube müsste dann auch einfach hier ungefähr hin. Der Schrank kommt den hier rüber. Zack. Den setzen wir erstmal, weil hier passt auch nicht, ne? Den könnte man natürlich da hinsetzen, das sieht aber nicht aus. Den setzen wir dann hier hin. Jo. Gut, gut. Dann hätten wir hier noch den Ofen. Den können wir natürlich nicht hier. Das soll ja so Art Durchgang fungieren. Ich weiß nicht, ob das passt. Hier zwischen erstmal die Spüle. Ich weiß nicht, ich brauche Spüle immer gerne vom Fenster. Ich weiß nicht, warum. Passt hier nicht? Warum nicht? Jetzt. Aber da kriegen wir definitiv den Schrank nicht in die Ecke. Den Ofen auch nicht? Aber so würde es ja dann auch doof aussehen. Ich habe keine Ahnung, wie dort hier gedacht ist, hätte ich gesagt. Wahrscheinlich den einmal weg. den Ofen hier hin. Den müsste der Schrank da... Oh, bin mir nicht so sicher hinpassen, oder? Aber dann kriegen wir die Spüle trotzdem nicht davor. Oh, der Schrank passt aber so. Aber bloß immer noch das Problem mit der Spüle, ne? Aber die könnte man hier auch so extra stellen. Gibt es ja auch in manchen Haushalten. Ich hänge hier fest, Mensch. Ne? So ein bisschen nach da. Ich vermute mal, dass es so in der Art gedacht ist. Ich meine, ich finde es nicht hübsch. Ganz ähnlich. Ich hätte das gerne verbunden gehabt, aber... Das geht ja nicht anders. Aber wegen der Kücheninsel haut das eigentlich nur so hin. Ja. Gut, aber den haben wir ja auch noch jede Menge anderen Kram, ne? Wie die Couch-Elle. Die Couch... Weil hier hätte man ja absolut keinen Platz. Die Couch passt die hier in die Ecke. Ah, hier ist aber schlecht wegen der Tür. Die Couch könnte man natürlich rein theoretisch hier hinstellen. Das Problem wäre jetzt bloß, da läuft der Tisch vor und da kommt kein Mensch mehr durch. Da soll wahrscheinlich gleich die Schranktür rein. Ich vermute mal, dass das hier so ein bisschen vor soll. So ein bisschen mittig. Lass man da noch vorbeikommen, ne? Ich weiß, das ist es nicht. Okay, das ist ja alles extrem verwinkelt. Und dann haben wir nämlich einen runden Couch-Tisch-Orto noch. Der soll ja davor. Oh Mann, hätte ich ihn bloß genommen. Bin nix Wände wegreißen. Dann ist doch alles hier viel zu... Das gefällt mir so nicht. Aber vor der Tür ist auch Mist. Gut, warte mal. Das müssen wir anders machen. Die Couch müssen wir hier irgendwo hinstellen. Ja, hier steht es ja einigermaßen. Aber wir können natürlich den Tisch nicht da vorstellen. Da kommt hier ja kein Mensch mehr durch. Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass der Couch-Tisch hier so ein bisschen stehen soll. Vor allem so daneben. So, auf jeden Fall vier... Was ist das denn? Ob so los ist... Ah. Die nehmen wahrscheinlich hier so eine Ecke oder so. Ah, passen wird's? Zumindest hat er das eben angezeigt. Ah, hier bestimmt nicht vor die Tür, du. Hm. Ich meine, den könnte man hier so ein bisschen schräg mit hinstellen. So am Tisch davor, so. Das ist sehr, sehr merkwürdig hier. Okay. So, die sollen garantiert für die Theke, die Fischstühle. Da bin ich mir sicher. Und dahin. Und dahin. Okay, da passen wir nur drei hin. Fangen wir den vielleicht noch hier in die Ecke gequetscht? Okay, mit der Bude bin ich doch leicht dezent überfordert. Gebe ich zu. Die ist schon merkwürdig. Dann haben wir hier nämlich noch ein hohes, dunkles Bücherregor. Ja. Gut, das könnte man hier hinstellen. Könnte man aber auch gut hier hinstellen. Hier passt das besser. So schön in die Ecke. Okay. Da kommt ja noch ein Auto-Couch-Tisch, sehe ich gerade. Zwei Auto-Couch-Tische? Ah, so ein ganz kleiner. Aber da können wir hier auch nicht hinstellen. Ich weiß gerade nicht so genau, wie das hier gedacht ist. So, äh. Den hier in die Ecke stellen. Und da nehmen wir euch den Sessel? Ich meine, das sieht komisch aus. Ja, sagt nix, sagt nix. Ich weiß. Ich weiß bloß nicht, wie ich hier was bestehen soll. Gut, hier kommt ja mal noch einiges dazu und die anderen Räume. Aber ich sehe gerade, dann tut mir wirklich leid, dass ich sich jetzt mittendrin abwürgen muss. Ich habe schon hier komplett die Zeit vergessen. Wir machen hier morgen selbstverständlich weiter. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye. Bye.